Halli, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Golfit bei AllesFurchtbarKommentiert. Mit meiner Wenigkeit und Daniel und auch der Alex ist wieder mit am Start. Ja, und natürlich auch die gute Kim in unserer Größe und Runde wieder zugegen. Hallo Kim. Howdy. Howdy. Und ja, der Olli ist auch wieder mit dabei. Hallo Olli. Hallo. So, und ja, wir haben es ja schon gelernt, die einzige wirksame Möglichkeit gegen dich mal anzustinken, ist wohl nur mit irgendwelchen Rennkarten und deswegen versuchen wir das nochmal. Man kennt mich ja auf unserem Kanal, ich bin ja so der Rennfreak, sag ich jetzt mal. Und deswegen schwimmen wir jetzt wieder eine Rennkarte. Ich höre, die Begeisterung ist schon sehr groß. Ja, Pause für Applaus, ne? Slow clap. Ja, lass uns loslegen. The Rules. Ups. Also, ja. Ach, es gibt sogar eine Bremse. Jump und Double Jump. Going off track is reset. Siehst du mal, wenn die F.I.A. das so halten, würde in der Formel 1, ne? F.I.A. Checkpoint, okay. Okay. Ach, hei. Warum rollt man das? Noch geht's. Noch krieg ich's hin. Ah. Oh Gott. Was haben die denn für Musik drin? Ich dachte hier, äh, äh, hier, die haben eine Breakfastmusik gehabt eigentlich. So. Ja, ah, Checkpoint, Satzner. Ist doch, ist doch was. Hier sind Blumen. Eigentlich keiner Kies hin. Oder Asphalt. Oh, 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 oh. Moment mal. Noch geht's ja. Ich grusel mich dann, ja. Vor den Momenten, wo ich die Letzte auch noch... Oh, Diddy Kong Racing. Wieso könnt ihr denn hier so schnell starten? Wir drücken schon auf zwei. Checkpoint. Das ist Diddy Kong Racing, ah, herrlich. Ziemlich voll. Ja! Falk doch von hinten nochmal an. Aber witzig ist es. Ja, total. Oh, das ist besser. Es ist wirklich wie Racing. Ja, ja, ist toll. Oh, oh. Hahaha. Er ist abgeflogen, jawoll. Hahaha. Was für ein Triumph. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, musst du ganz von vorne anfangen? Nee, nee, ich bin ja auch schon. Let's Checkpoint. Den hab ich vor lauter Fokus nicht wahrgenommen. Weil wir nach vorne drücken. Ach was, und ich drücke nach hinten, oder was? Ich weiß nicht. Wer weiß? Man sieht's ja nicht, ja. Vielleicht fährst du ja mit der S-Taste, ja. Ey, keine Ahnung. Ich drücke und ihr seid schon weg. Keine Ahnung. Oh. Da schon wieder, ey, ihr seid weg. Das gibt's doch gar nicht. Äh. Ja. Das bringt einem ja noch nicht so viel, oder? Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja? Okay, na mach das, das ist mir zu fumelig. Muss ich auch noch gleichzeitig irgendwie... Oh. Oh, oh. Oh, das hat geklappt. Oh, oh, oh. Ja, bei mir auch. Das war schon echt nicht ohne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, man, was ist das? Sonic denÁ-Taste. Ich fahr kr interessant. Sonic mehr. Ich fahr drank elation. Sonic für тонnig! Ist das irgendein Sonic Level? Ehhh. Der hat doch auch so ein Racing Spiel, oder? Sonic. Ach, das ist medrunden. Das ist kein Sonic Racing Spiel, das ist schon ein normales Level, aber ach hei je was. Ach,フィン 제PS. Das ist mitrunden. Fe this. Ich würd sagen Sonic 3. Ja. Sonic 3. Ich liebe es. Wie auch immer sich das ausgedacht hätte. Oh, warte mal, ich fahr rückwärts Den hab ich denn da grad überholt Ja, das war ich Ach shit, da hab ich beim ersten Mal das noch besser gemacht Na, du wirst mich wieder kriegen, weil du das mit diesen Sprungdingern drauf hast Ah, weiß ich nicht Oh, da sind wir dran an der Manari Nee, halt falsche Richtung Jetzt hab ich den Anschluss genommen Ja, weil du halt Glück gehabt hast Bei diesen Steinchen hier Ja, genau Ich brauche kein Glück Alter Achso, das war ja Alex, ich dachte grad, ich hab Kim überholt Verfluchtet Dann war das wohl ne Überrundung Von Daniel, die sind alle zum Kotzen Hallo Alex Die sind alle zum Kotzen, diese Facke, ey Grundsätzlich geb ich Alex aber recht Nein, hallo Ich mein, er kam ja mit Herr der Dinge gerade, wo er sich dann selber aufgerichtet hat Ja Laber mich nicht voll Das Witzige ist Alex ärgert sich wirklich tatsächlich sehr oft in Spielen Ich hab mich in seinen Let's Plays schon gefragt Was ist denn eigentlich sein Genre? Er sagt immer bei Jump'n'Runs natürlich Nee, ist nicht seins Das Problem ist, die Genres, die ich kann, die spiele ich nicht Also Let's Play ich nicht Die spiele ich würde ich noch besser finden Ja, ich mag solch ne Spiele, aber ich spiele ihn grundsätzlich nicht Ich hab die Fack-Rampel nicht hoch Ich hab keinen Bock mehr Wo ist denn hier die Box? Ich will nicht mehr Ich steig jetzt aus Ach, hier ist ja doch ein Ziel Okay Bin drin Wie, 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 wie Was? Kim, wo warst du denn, bitteschön? Was? Ich bin Erster Ach, ich hab dich an der einen Stelle überholt Und nee, Kim war Erste, oder? Ich bin Erste Aber warum? Wo hast denn du abgekürzt? Irgendwo Überall hat mich, wo es so geht Überall Entschuldigung Und Alex, hast du schon ne Runde geschafft? Ich bin über die Map geflogen Ach, wenn ich das so sehe, dann erklärt's nicht alles Also wie, wie flipp er hier Weißt du, ich hab auch noch hier nen schweren Ball Ich bin hier benachteiligt Es kann ja wohl nicht wahr sein Und dann, dann bewegt sich die Rampe Habt ihr das gesehen? Ist der schwere Ball das, was früher die schweren Knochen waren? Mann Definitiv, ja Tempo Ach, so schnell sieht das wirklich nicht aus bei ihm Gerade mit diesen Beschleunigungen Nein, das Ding bewegt sich aber auch nicht Hm Was? Ich hab immer noch eine Runde Leck mich doch am Arsch Und noch anderthalb Minuten Aber das dürfte machbar Ist das machbar? Nein Für ihn nicht Für ihn nicht Wenn da kommt die Rampe, ist es doch nicht machbar Ja doch, da geht da rüber Alex, kleiner Tipp Ich fahr hier so nen Schwertransporter Man kann hier mit der Taste hüpfen Dann kannst du nämlich auch da drüber hüpfen Ohne, dass du da die Rampe hoch musst Ach, der Schacht ist komplett ohne Rampe? Ist ja cool Oh, sehr gut Ja, ne? Skill hier Ja Ups War das Absicht? Wolltest du irgendwo abkürzen? Nein, nein Oh, das Ach ja Das wird doch möglich sein, oder? 35 noch Komm, hüpf Die Rampe des Todes Ja, oh Ah Geh doch Man muss einfach drüber hüpfen Warum sagt mir denn das keiner? Man muss auch mal ein bisschen eigenständig denken hier Auch das Da ist ne Strecke Da ist ne Rampe Die muss man benutzen Oh, hallo Stopp mal Da rein, da Wow Aber du hast es noch geschafft Wahnsinn Du mich auch Ja, jetzt schon wieder Jetzt seid ihr schon wieder Ach, legt mich doch am Arsch Ich brauch nen Vorsprung Sonst ist es unfair Hä? Wo? Hä? Ach so Was? I think I get it Ach so Ach du Schreck Das hab ich aber auch nur durch euch rausgefunden Okay Oh Oh, warte Oh Ah Hä? Hey, die Strecken werden ja immer besser Das ist ja voll geil Ich freu mich auf die nächsten schon Das macht echt Spaß Ja, total Ihr seid zwar schon irgendwie woanders, aber Ach so Ich hab vergessen Oh, oh Du Schöne Das ist Mist Huch Oh Gott Jetzt wird ein Checkpoint angedutscht Oh Yo Genau Uiuiui Ah Fahr Oh, da wurde es schon anspruchsvoll am Ende Na, ist ja noch gar nicht das Ende Ui Final lap Wie viel sind es? Zwei, oder? Zwei, dann Jetzt müssen wir wieder mehrere Runden fahren Ich kotze Aber nur zwei Na toll Ist doch auch was Hat doch was Ah, shit Oh, ja, doch Klappt so Und jetzt Wow Nein, doch Vielleicht Ah Versuch mal den Außen hier Aha Nee Oh nein Aber hier fährt jeder für sich, oder? Ich glaub schon, ja Oh Gott Ihr seid da vorne wahrscheinlich unter euch Da kommen wir hin Nee, du hast mich gerade überholt, glaub ich Ich hab dich, nee Hätte ich gemerkt Weiß ich nicht Ja, ja, ich war gerade resetet Achso, na dann Ah ja, hier Kling Aber Kim hat's drauf, ne? Ach nee Kim fährt auch noch Hä, wo bin ich denn jetzt? Hab ich euch beide überholt? Ich bin wieder ganz am Anfang Was ist da los? Ich dachte, ihr wärt Uneinholbar vor mir Nee Okay Ich war am Anfang auf jeden Fall vorne Ah, die springt ja wie verrückt Na, so kann ich das auch Machst du doch mal was anderes als springen? Die fliegt ja wirklich über die Map Das hab ich doch gesagt Unfassbar Cheater Oh, 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 oh Ist das eine Überrundungsüberholung? Ach ja, ich glaub, das ist eine Überrundung Ich fürchte Ah Ich schalte mal wieder nach hinten So Ist lustiger Ja, okay So, ja, gut Jetzt gibt's nur noch hinten Da ist er doch Er ist fertig Tada Komisch war ich einmal Da war ich schon irgendwie halb durch Da wurde ich wieder ganz in den Anfang gesetzt Jumping disabled Vollspeed 3 Kommt mir ja sehr entgegen Oh Gott Oh Gott Oh je, Mini Ah Ah Ah, nein, ich hasse es Okay, nur Nee, auch nach vorne Oh je, je, je Oh Gott Oh Gott Oh Gott Auf meine alten Tage Noch so ein Reaktionsding Alex sagt schon gar nichts mehr Alex sagt schon gar nichts mehr Der auch noch mit dabei Der hat mich ausgelockt einfach Kam Bock mehr auf den Scheiß Die Scheißkunde Nein, ich bin so übergefallen Ach Gott Oh Gott Ich habe zu sagen Alex left the chat Aber da ist er wieder Was ist wohl denn diese Scheiße Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh Gott Ich scheitere an der Axt Fokus Ziel Yeah Yes Puh Zweite glaube ich Puh Ja, ich bin an der Axt gescheitert Zehnmal Warte, warte, warte Die Musik Die Musik Das könnte jetzt F-Zero sein Oh Gott Glaube Ich habe immer so einen guten Start Ja und dann verkacke ich es irgendwie So Ich höre da F-Zero raus Wenn ich mich nicht irre Keine Ahnung Puh Hä, kann man noch jemand anders zugucken Außer Alex Nee Aber wir können mal kurz nach Köln schalten Sie können jetzt gewinnen Einen Ford Mustang Gewährt von 32.000 Euro Oh, halt doch einfach die Klappe da hinten Dazu noch 10.000 Euro Oh nein, 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 nein Da war der Checkpoint Das ist ja sehr günstig Ja, toll Ah, die ist so mit Verfolgerkamera Ist auch super geil Ja Kommt das Hackebeilchen Puh Puh Boing Das ist eine voll geile Map Ich liebe Ich habe mal ein Gesalbel Speed nochmal Okay Wie viele Löcher sind denn das? Jetzt hat Alex auch endlich normalen Speed Stand ja schließlich da Oh Da ist ein Bunger Ja, wie viele Löcher sind das? Das ist eine gute Frage Ah Mehr Scheiße voll durch den Sand Nein Das ist eine gute Antwort Die hilft mir weiter Oh Gott, ich bin wieder komplett am Start Oh Gott Kennen wir da eh Checkpoint Das ist echt Also das ist wirklich Wusste ich nicht, dass es sowas gibt in Golfit Ich auch Okay, das ist keine Chance Es ist echt schick Also hätte ich nicht für möglich gehalten Oh shit Ja, jetzt hat sie mich Nein Ich bin selber ein bisschen abgewogen Okay Oh Gott Da ist die Stande weg Oh, das ist ohne mit diesen Brücken hier Das ist Ja, das ist hart Das musst du erst mal packen Ah shit Voll in den Sand Voll in den Sand gesetzt Voll in den Sand gesetzt Olli Oh, ja Total Oh, hier sind Schaufelräder Ah shit Wow Okay Und die Musik So schön karibisch Ja Hast du mich überholt? Ja Wow Oh, du bist ja frech Das war aber auch echt Hohoho Habe ich gar nicht durchgekommen Oh Gott, nein Das ist die falsche Richtung, Daniel Ja, ja, ja Da kann man auch in der Mitte einfach durch Da ist offen Jetzt ist es hier zu spät Ach, da ist das Loch Oh Gott Also ich habe gedacht Das läuft besser für mich Aber irgendwie nie Nee Nee Ihr seid mehr mit der Golfit Engine vertraut Ich habe gar nicht zugehört, lass Alles gut Du bist einfach zu gut für mich Habe ich gerade gesagt Kann ich nicht einfach zum Ziel jetzt Theoretisch, ja Links Ja, gut durchgekommen Erst durch die Mitte Erst durch die Mitte Ja, ab durch die Mitte Ja, ist ja nicht so, dass ich dir nicht geglaubt hätte, Kim Aber jetzt hat man es gesehen Ja Alles gut Okay, die Löcher sind auch Großzügig groß, ne? Oh, Super Mario Kart Jetzt sind Löcher sind erschießen Jetzt kann man wieder springen Ja Toll Das ist jetzt aber Mario Kart, oder? Ja, das ist Mario Kart Ich müsste nur überlegen, welche Scheiße Oh, 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 okay Hoppa Ah, oh, 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 oh Ah, scheiße Ich habe es wieder Ich habe V gedrückt Ey, bei diesem Kakuya-Szene Ich verknüppel mich hier so mit dem Tassen Das ist furchtbar Nein, wieso komm ich denn da mit der blöde Eisplatte? Willst du hier rüberspringen? Hä? Das ist ja wohl ein Witz, ich komm über die Eisplatte drüber! Jetzt überholt mich sogar der Alex! Was ist denn hier los? Wo muss ich denn hier hin? Ich überhole dich so geil, der Alex! Hä? Ich bin am Start! Meine Güte ey! Tadaa! Ich hab's voll verhauen! Ich krieg die Eisplatte hin! Ich bin so dämlich dafür! Ah! Wow wow wow! Uiuiuiui! Pfff! Ja, das war jetzt mal nix hier! Wow! Nein, nein, nein! Hatte ich den noch nicht hier, den Checkpoint? Achso! Ach scheiße! Haha! Einfach ohne Eisplatte! Äh! Double Jump! Geht auch voll klar ohne Eis! Wow! Oh je, Mini! Wo soll ich denn hier lang? Ach da! Oh! Uuuuh! Ah! Ups! Da war ich wohl letzter! Ha! Das war gar nicht gut! Okay, die Musik ist auch witzig! Keine Ahnung was das ist! Boah! Eieiei! Die kenn ich nicht! Also die sagt mir jetzt nichts! Hey! Irgendwas hat mich da abge... Ah, da muss man anspringen! Auf jeden Fall! Oh Gott was! Achso, ich dachte ich muss auf dieses Brett rauf von hier aus! Aber das kommt später! Da! Ja! Uiieiei! Ah du Scheiße! Ah! Ah! Oh Gott! Ach da muss man da drüber! Oh je je! Oh! Ja vor dem Checkpoint genau! Das ist echt hinterhältig ne? Das ist schon echt hinterhältig! Oh Gott! Uuuuh! Puh! Ah! Nein! Nein! Eieieiei! 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 Wow! Muss man hier hoch oder was? Nee! Shit! Nein! Oh! Nein! Verdammt! Ich hab das Ziel schon gesehen! Ah! Und bin dann nochmal in die Box abgebogen! Voll schwer hier rüber! Hä? Oh Gott! Ah! Ich häng so kurz vorm Ziel! Ah nein! Ah! 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 Oh! Nein! Puh! Also das war spannend! Ich glaub Kim hat hier wieder abgeräumt! Das sag ich mal jetzt schon! Ach du liebes bisschen! Die ist unsere Fingerakrobatin! Derweil! Ah ja! Ich denk schon! Telefon! Ah! Sehr gut Alex! Die Abkürzung bin ich beim dritten Mal noch nicht abgebogen! Die ist schlecht! Aber Doppelsprung ging irgendwie nicht oder? Bei mir ging der nicht! Nee! Doppelsprung war auch sieben Runden! Oh Gott! Sieben? Ja ich stehe doch da rechts! Ich weiß! Ich weiß! Aber warum? Na weil! Vielleicht weil 8 nicht möglich waren! Weil es mich geißeln will! Es will mich einfach nur geißeln! Dieses Spiel! Wieso seid ihr denn schon wieder so schnell? Was macht ihr denn? Ich krieg nicht mal ansatzweise die Geschwindigkeit hin! Guck mal eine Runde ist ja voll Pipi hier! Ernsthaft? Ernsthaft? Bonus! Oh Gott! Das ist ja ein leichtes Oval hier! Hä? Mark M, bist schon im Ziel? Die Pflanze hat mich eigentlich... Ey ihr seid... Ihr seid alle viel schneller ne? Das ist echt... Das war nicht gut! Was soll denn dieser Scheiß? Innenkurve... Ach die Pflanze! Ja stimmt! Um Gottes Willen! Was soll denn der Sprung hier? Oh ja! Mich hat die auch gefressen! Oh nein! Ey der Sprung war ja mal ein richtiger Scheiß! Der hat mich komplett aufgehalten! Ey ihr seid alle viel schneller! Also sorry! Aber irgendwo... Ich... Ich... Ich glaub dir das! Okay die Pflanze hat mich! Scheiße! Kann die mich mal ausspucken oder was? Was? Ja macht sie noch! Ja macht sie! Super! Scheiße! Ich war so schön vorne! Ja spuck mich halt ins Gras rein! Du blöde Assi Pflanze! Ganz ehrlich ey! Oh die wäre schwierig! Da erinnert sich die Strecke? Nein nein nein! Es läuft die ganze Zeit lief es so gut! Ahhhh! Ich hab's voll verkackt man! Hä? Wer war das? Der Strecke erinnert sich! Ah! Was denn das? Piuuuu! Oh Gott! Äh haben sich die... Ach die... Hindernisse haben sich ver... Ja! Der ändert sich! Ja die werden immer mehr! Oh shit! Nein die dumme Pflanze! Oh Gott ja! Lass mich raus! Äh wo spuckst du mich hin du dummes Ding! Scheuer! Steine! Steine! Oh Gott! Ich hab mich jetzt über Stazil! Aber ich glaub ich bin nicht über Stazil! Piuuuu! Ah! 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 Nein! Das ist ja nicht ohne! Shit! Tja! Ah! Ah! Nein! Dachte ich komm da durch! Hä? Ah! Achso! Wir sind schon soweit! Jetzt versteh ich das erst! Hä? Ja super! Meine eine Runde hat nicht gezählt! Das ist ja ein Witz! Weil ich da... Nicht durch Stazil! Sondern die Pflanze hat mich vorbeigespuckt! Oh Gott! Hä? Immer noch fertig? Was zum Kuckuck? Na Kim? Langweils dich schon wieder seit 3 Minuten? Ich bin schon fertig ja! Puh! Oh! Ich spuck hier ein bisschen zu! Und find das sehr gut! Was da so passiert! Bei mir steht ja die ganze Zeit Final Lap! Ich werd nicht fertig! Doch! Ne! Ich fahr ja schon 3 mal vorbei! Da steht Final Lap! Und ich werd nicht fertig! Ach Moment! Ach da oben ist ein Loch! Ach da oben ist ein Loch! Das ist lustig ne? Ja! Ja das tun wir! Das muss mal einer sagen! Dass man da durchs Ziel fahren soll! Durch ins Loch! Das hab sogar ich gesehen! Und ich seh nie was in Spielen! Ich hab mich nur auf die Strecke konzentriert! Also! Da ging der Rennfahrer mit ihm durch! Ja genau! Immer auf der Strecke bleiben! Oh! Alex wird ausgespuckt! Hau ab! Böser Sandkasten! Ah die Musik ist lustig! Ja! Lass dich wenigstens mal von dem Brett anschubsen! Aber in die richtige Richtung natürlich! Bitte! Halt doch mal nach der Fahnenstange ausschau! Alex! Was für ne Fack Fahnenstange! Na damit du ins Ziel kommst! Sonst fährst du ja auch noch genauso wie ich 10 mal im Kreis! Ganz ehrlich! Ich fahr jetzt ewig im Kreis! Wenn jemand sonst sagt wo ich hinfahren muss! Warte zu! Geradeaus! Was ist die komische Fahnenstange? Ja! Die konntest du übersehen? Ja! Wie hast du die übersehen? Keine Ahnung! Ich hab die 3 Runden lang übersehen! Nein! Das ist nicht gut! Ne! So können wir mal ganz kurz ein Experiment starten? Ja! Können wir mal kurz bei... Keine Ahnung! Okay! Tschüss! Lachs für die nächste Runde! Wollen wir alle gleichzeitig! Aber wir drücken doch alle, wenn Start kommt und wir nach vorne! Das machst du wahrscheinlich auch! Und damit ist es ja eigentlich... Ihr seid einfach schon weg! Ihr seid einfach mal ins Rollen kommen! Also ich glaub das ja auch! Und dann hab ich so das Gefühl, ihr habt auch grundsätzlich mehr Speed! Also nicht, dass ich deswegen verliere! Aber ähm... Es äh... Hindert ein bisschen! Ich glaub dir das! Also man wird es ja dann auch in deinem Video sehen können! Das guck ich mir an! Und dann schauen wir mal! Oh! Na komm! Äh! Also ich würd das ja glatt wieder für Sonic halten! Aber ich kann mich irren! Das könnte auch genauso gut international Superstar Soccer sein! Oh! Da vorne! Geht's weiter! Achtung! Ach Gott! Ich hab jetzt gedacht... Ich seh nix! Ich seh nix! Die Bananen! Die Bananen! Bananen! Da liegen Bananen auf der Strecke! Bananen! Oh! 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 Da lang! Ihm da lang! Ich hab noch n' Herr Popperli nachgesetzt... Sonst wär das vielleicht zu knapp gewesen... Ja! Sonst gwia mich! Hä? Oh, oh, oh... Hä?! Muss ich nicht in dieses toy tension Pas sein oder? Fass? Ne, keine Ahnung... Ach so! Ich komm da einfach nicht rüber? Numero uno! Ich war gar nicht mehr so weit hinten dran. Ja, stimmt. Alles noch ums Weiße mal. Alex küsst die Banane. Spannendes Rennen zwischen den beiden entwickelt sich. Ja, Kopf an Kopf sehe ich da. Oh, gut abgekürzt. Das sieht doch gut aus. Also sieht es nicht anders aus als von mir. Ich glaube, ich habe keine Geschwindigkeit. Nee, hast du nicht. Oh Gott, er kriegt noch nicht mal durch den Fall der Geschwindigkeit. Das ist echt krass. Ich kämpfe hier gerade mit extrem stumpfen Waffen. Sag mal, haben wir eigentlich vergessen, dir zu sagen, dass du die Speedmod installieren möchtest? Ja, natürlich. Kann es daran liegen? Kann auch nicht mehr als nach vorne drücken. Nee, das stimmt. Du bleibst aber an so ein paar Ecken auch immer hängen. Wobei, den Satz könnte man auch falsch verstehen. Ich kann nicht mehr als nach vorne drücken. Ach so. Das scheint echt... Ha. Die Musik kann ich. Kein Springen, sehr schön. Das ist unfassbar. Und schon wieder seid ihr weg. Ich springe aber eigentlich so gerne. Oh, ich habe uns verwechselt gerade. Was ist denn jetzt passiert? Ihr seid schon ganz da oben. Ich habe keinen Fehler gemacht. Das ist doch wohl ein Witz. Ich habe das Gefühl, ich möchte dich abstoppen oder was? Es tut mir leid, Alex. Es tut mir echt leid. Das ist bitter. Ich kann dich total verstehen. Ich wäre jetzt an deiner Stelle auch sehr frustriert. Aber was können wir... Was können wir machen? Lügen. Was können wir machen? Ich hoffe, dass... Also eigentlich keine Abzellöcher sind. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Ich fürchte ja schon. Kim, Kim, Kim. Ja? Ich schnuppere deine Abgase hier. Das ist auch alles, was du hier schnupperst. Oh. Oder auch nicht. Oh. Oh. Oh, shit. Shit. Ah. Das hätte ich so machen können, ey. Scheiße. Wow. Yes. Ja, ich habe eins gewonnen. Ja. Nein. Oh, doch. Piu. 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 Ach. Ah, shit. Was hat sie denn da geholt? Nein. Du bist so hoch geflogen. Ich dachte, ich komme noch vor dir unten an. Nope. Aber nee. Gegen eine Manari ist hier kein Kraut gewachsen. Wie sagt man? Ja. Äh. Ich glaube. Keine Ahnung. Sagt man so. Der Volksmund sagt. Graz gewachsen. Aber dagegen ist kein Kraut gewachsen, glaube ich, sagt man. Der Volksmund sagt, ja. Hm. Der Ball, der mich überholt, muss erst noch gebastelt werden. Juhu. Jedenfalls ab und zu. Ich bin dann mal auch da. Schön. Zwei Runden. Jumping the Sable Speed Normal. Okay. Ja. Sieht man ja ganz eindeutig, dass Alex hinten dran ist. Da er ja am Start auch nichts anderes macht als wir. Äh. Haltet doch mal an. Haltet ein. Haltet ein. Haltet ein. Ah. Oh nein, nein, nein. Nein. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte so schlau abgekürzt hier. Ja, habe ich auch gedacht. Nix habe ich. Okay, das sei dir ja. Du hast auch gedacht, dass ich schlau abgekürzt habe? Äh. Mann, Scheiße. Ist das Assi hier. Nein, jetzt habe ich auch noch die falsche gedrückt. Ach so. Ich komme da natürlich jetzt. Das ist so eine Scheiße. Ah. Pff. Oh Gott, ich hänge. Oh Gott, sind das dumme Ecken hier. Eigentlich gar nicht so schwer. Man muss da nur konzentrieren. Man darf eigentlich nicht zu voreilig sein. Oh, oh. Interessant. Voreilig sein. Was? Ich glaube da nicht irgendwie sein. Ach so, da. Never ever. Hey, wie der einfach wegfährt. Die Abkürzung kannst du vergessen. Das ist unfassbar. Wow. Final lap. Hui. Mal mal einen anderen Weg nehmen hier. Ach so. Das wäre einfach nur da unten lang gegangen. Äh. Shit, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Piu. Oh. Oh. Ah. Nein. Ah. Ja, du mich auch. Du mich auch einer. Hey. Ich kriege ich noch mal Freud. Also ich krieg' noch meinen Freud. Wuhu. Ich habe hier schon wesentlich besser durchgekommen, als beim ersten Mal. Ach, Vallo. Okay, jetzt traue ich mich Die Abkürzung Tatsächlich, selbst die funktioniert Wie geil Ich bin der König der Welt Oh, das Ziel ist aber ganz schön Fummelig Nein, nein Du hast Monari hinter dir Oh Gott, ich komme jetzt hoch Daniel, Daniel, Daniel Ich komme nicht hoch Er ackert sich nach oben Ich habe Mobsgeschwindigkeit Was ist das fies Die Musik ist auch wieder voll gut Ja, also die Map Kriegt von mir auch ein Upvote Ja, definitiv Das ist ja jetzt schon Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Auch ein Downvote, glaube ich Könnte sein So, da kann auch die Map nix dazu Die ist ja cool Aber es bringt halt nix Wenn ich kann Ja, das bin ich jetzt Jetzt war doch noch ein bisschen Billard Es ist einfach frustrierend Wenn ihr einfach vorbeizieht Und ich bin auch auf der Karten Aber da passiert halt nix Ja, so springen kann man wieder Ja, es ist schon wieder Ihr seid einfach weg Ach du Scheiße Oh Gott Oh, das ist mies Oh, hoppala Nein Dummes Loch Äh, dummes Was auch immer Kim, halt mal kurz Halt Fahr doch mal rechts ran Wieso das denn? Hier, Kontrolle Fahrzeugkontrolle Ey, hab nicht mal einen Führerschein, mein Freund Ja, genau deswegen ja Warum fährst du hier? Das ist wie bei Mario Kart Das braucht man da zunächst Oh, das neigt sich Okay Stallkurven Uuuh Ei, ei, ei Ha Oh Gott Mit Pfeilen noch drauf Ei, ei, ei Ha Mann, wieder Falsche Taste Ich hasse W, H, S, D Hab ich das schon gesagt Nein Sag's doch mal Ei, ei, ei Ich liebe W, H, S, D Oh Oh Was war das? Eine Runde? Glaub schon Ich hoffe Ich hoffe doch Dann ist es noch im Bereich des Möglichen Dass ich die Dieses Ende sehe Oh Na komm, geht er hoch Oh Yes, Freunde So wird's gemacht Wiu, wiu, aaa Oh Oh Ach, Scheiße Oh Gott Der Käse hat mich ins Ziel gebracht Ne, das ist ja nicht mein Glanzstück Dieses Ding grad Ah Hilfe, 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 Hilfe Oh, das ist ja nochmal ein schönes Ende Oh Mit ganzem Käse Ja Käse macht alles besser Ja Das stimmt Mhm Da sind wir uns hoffentlich auch alle ähnlich Ja, Käse ist toll Außer Tilsitter Ja, den mag ich auch nicht so Erstaunlicherweise sind wir uns da auch einig Und ich weiß gar nicht warum So viel anders schmeckt der ja nicht Als so eine normale Mischung Ja, ein bisschen Aber Jetzt kommen hier diese Käsegummes Ich mag Masterma, Edama, Butterkäse, sowas Gaudau Ja Gaudau Aber die Stinker mag ich nicht Nee Und Frischkäse? Ja Jetzt auch gut Mit Kräutern Hm So 14 Das zieht sich aber echt hin hier Zwei Runden 1,5 Geschwindigkeit Guck mal an Kann ich springen? Wir haben jetzt alle Alex Geschwindigkeit Ach nee, 1,5 ist ja mehr Echt? Alex hat jetzt normale Geschwindigkeit Ja, Alex hat jetzt Oh shit Was? Wo geht's denn hier überhaupt? Wo sollen wir denn lang? Keine Ahnung Ah Ah Ha 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 Hä? Ach du Scheiße Ach du Herrje Was? Na toll, der hätte ja ruhig mal rüber gehen können Oh Gott Piu Werde hätte Fahrradkette Ja, ne? Wow 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 Keine Ahnung, ob ich überhaupt noch auf der Runde bin Ah, ich fahre Falsch rum Scheiße Oh, der hat mich voll weggehauen Was für eine Hinterhältigkeit Wow Shit Ich fuhre eine halbe Runde Falsch rum Darf ich nochmal eben Hier, danke So Wow Und wow Ich nehme mal links Ich hoffe, das ist nicht falsch Witzige Streckenführung hier Piu Gehst du weg, du bewandt? Patent bei Manari, Entschuldigung Ja Huch Das wird jetzt langsam richtig teuer Ja, ja, ja Ich merke schon Ich muss mir langsam einen Anwalt suchen Aber der kann auch nicht mehr viel rausholen Oh Shit Ich habe mich so entschieden, dass ich genau Kann man gar nicht beschreiben Muss man bei mir sehen Bei diesen Dingern, die sich links und Ah Nach links und rechts bewegen Bin ich genau in die Mitte Aber frontal Also ich habe ungefähr 10 cm gehabt Die ich treffen kann Und die habe ich getroffen Nein 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 Ah, shit Shit, shit So Und hopp Ich hänge dir am Arsch Und jetzt mal die Seite Wups Ja, okay Dann hoffe ich, dass ich das hier noch überlebe Weil ist ja gleich Ziel Ja, nee Du bist jetzt Wirklich vor mir So Aber Aber zweiter ist okay Ja, das ist auch mal Auch mal okay, ne Ja So zur Abwechslung Übrigens, wenn man sich mal wundert Warum der Gegner durch die Hindernisse durchfährt Liegt an der Asynchronität der Maps, ne Genau Ist euch aber wahrscheinlich klar Ach, da sind Die Jungs sind ganz leise Ja, ja Weil irgendwie Weil irgendwie Das überfordert mich hier gerade Das ist alles so schnell Und Und irgendwie ändern sich da die Hindernisse die ganze Zeit Da habe ich nicht viel zu sagen nebenher Hm Da frage ich höchstens mal mein Rennchen Wo wir jetzt langfahren müssen Böhm Ach, da hätte man ja auch am Rand langfahren können Neben dem Neben dem Holz Ich bin da halt irgendwie Eine halbe Runde rückwärts gefahren Weil ich nicht gecheckt habe, wo ich hin muss Nein Alex, nein Ja, ja, ich war Ja, achso, echt Das war so verwirrend hier Ja Ja Ja, diese dummen Schilder Die die ganze Zeit hier ihre Richtung gewechselt haben Ähm Haben mich total irritiert Und dann war ich irgendwann so Weggeschossen Dass ich plötzlich rückwärts gefahren bin Jump off Checkpoints Oh Unsichtbare Checkpoints Alter, hier Mit on off Jump on von mir Also nicht springen Okay Doch springen Hä? Wie? Oh ja War so, war so Wie? Genau, man hat nur ein ganz kurzes Fenster Wo man springen kann dann Ich habe es genauso dämlich gemacht wie du Gerade, Kim Danke, Oli Achso Ja, gerne Oh Scheiße Mann, diese Ich hasse diese Scheiße Mann Ich bin wieder verdrückt hier Oh Fuck Achso, also man kann teilweise springen und teilweise nicht Genau, da wo eine grüne Leuchte kommt, da kannst du springen Und dann wenn eine rote kommt, dann gibt es nichts mehr Okay Ja, manchmal muss man ja auch Hihi Ja, Kim Da ist sie abgesoffen Oh Gott Ah, jetzt Jetzt habe ich den hier vor mir Oh Gott Äh, das war ja auch Alter, sehr knapp gemacht, ne Ah Weißt du noch, wohin, als es auf der Schadenfreude ist ja eigentlich gar nicht so meins Das ist die Anspannung, weil man sich freut, dass man dann Ah Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, diese Rampe ist doch total Die ist doch total für Oh shit Oh Nicht zu mich Bitte nur eine Runde War das nur eine Runde? Oh nein Na Echt jetzt? Nein 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 Jetzt schon wieder Okay, das war nicht die Antwort auf meine Frage Nein Oh Gott Oh Gott Wieso sind denn da immer so komische Sachen da auf meiner Bahn? Ach du Scheiße Was? Da hinten rein, okay Oh, oi, oi, oi Was war denn hier? Oh Gott Ah Ähm Was? Oh, oh Oh, ha Ich habe das Ziel gefunden Ist das das Ziel? Da hätten wir aber auch noch dreimal im Kreis fahren können Sind wir hier seitlichen Fälle nicht? Das gibt es ja nicht Ach da Klar So, beim nächsten Mal hole ich mir lieber ein Taxi Ein Flugtaxi am besten direkt Ja, genau Der hat auch echt nette Einfälle, muss ich sagen Das stimmt, ja Steckt wirklich was drin hier Mit den roten und grünen Lampen jetzt schon alleine Ist schon nicht schlecht Diese Plattform da, die hat mich Ungefähr eine Minute gekostet Ja Oh, eine Minute ist viel Naja, vielleicht nicht ganz, aber Huch Die habe ich auch nicht gecheckt Einmal vorbeifahren Ach so Hab da nicht als Hindernis wahrgenommen Ne, ich habe auch nicht gewusst, dass meine Röhren einfach nur links oder so Rechts So ein bisschen wie Keine Ahnung, bei Hugo damals mit dem Skateboard Jump No Jump No Jump Äh, der kann unten weiterfahren? Mich hat es zurückges... Ne Ich glaube, ich habe was anderes gesehen Bei mir ist er nicht gesprungen Und Sag mal, Olli, du könntest doch mal den Beifahrer machen aus Dirt hier Drei rechts Zwei links Ja, genau Hart spremsen Ja Oh Charming disabled Schade Zum Glück Das ist jetzt, glaube ich, Bowsows Castle, ne? Die Musik Oh Oh ja, oh ja, oh ja Ah, shit, shit Ah, Mist Da hat es mich schon hinter euch geworfen Okay Das heißt ja noch nichts Irgendwo kommt wieder irgendein Hindernis, dass ich nicht Stimmt Dass ich wieder nicht treffe Kann noch alles passieren Warum bist du denn so schnell? Warum nicht? Das ist eine gute Gegenfrage, tatsächlich Ah Ah Ne, ich kann euch hier nur von hinten zu kommen Scheiße wieder hängen geblieben Habt ich Ey, warum bist du jetzt so schnell? Yeah Fast hätte ich sie gehabt Scheiße Oh, Augen Ich sehe Augen Warum hast du mich, Olli? Bin ich jetzt richtig? Hä? In welche Richtung muss ich denn jetzt? Das frage ich mich auch gerade Ich nehme mal die hier Du kannst ja gerne die andere nehmen Ich nehme die andere Auf jeden Fall ist da ein Pfeil, wo ich gerade langgehe Ja, ich fahre auch wieder gegen die Augen Das ist falsch Ja Das tut mir leid Ich habe Glück gehabt und war richtig Ach, Herrgott Oh, shit Seid ihr schon in der zweiten, ja, ne? Ich bin in der zweiten Nee, ich nicht Jetzt da Oh Wie viele waren es nochmal? Ich habe nicht aufgepasst Ich weiß auch nicht Zwei Drei Zwei ist okay, dann bin ich richtig Nein, keine Ahnung, ob es sind drei Drei? Drei, okay Drei 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 Ach, sehr schöner Kommentar übrigens Unter meinem Ukulele-Video Kann ich dir nochmal persönlich sagen, Daniel Ja, das war aber auch so Das war aber auch wie die Faust aufs Auge, ey Ja Das ist jetzt Feder Nummer drei Und oben steht einfach fett vier Vielleicht habe ich intern in meinem Kopf drei gezählt Und hatte am Anfang irgendwie eine schnelle Sowas passiert mir immer mal Dass man dann eins nicht mehr auf dem Schirm hatte Hä? Moment Scheiße Ist da niemanden vorbei? Ja, das war ich Oh, hallo Ach, drei Runden, drei Runden Scheiße Ich habe doch wieder zwei gedacht Nein, ich habe es verhauen Ich war vorne Ich habe gedacht, ich muss wieder irgendwo die Fahne suchen Nein Ich habe es mir so selber zuzuschreiben, ne? Ey, wie erbärmlich Noch ist sie nicht vorbei Noch ist sie nicht vorbei Das muss man dann aber auch bestrafen Das habe ich dann auch nicht besser verdient Äh, ich dachte, wir unten weiterfahren? Okay, ja, das habe ich mir jetzt auch selber verhauen Das war dumm Oh Oh, oi, oi, oi Oh, shit Ach, nee, da komme ich nicht mehr ran Da komme ich nicht mehr hin Hohe, hohe Ärgerlich, ärgerlich Oh, da ist ein Auri im Weg Da ist ein Loch Oh Gott, und ich fall raus Das ist ja, nein, ich fall vom Ziel raus Oh Das ist ja Bin ich da noch Zweiter geworden? Nein, du bist Erster Wie, wo ist denn Kim? Äh, ich bin noch weit hinten Ich war vor dir Man kriegt immer nicht mit, wenn es einen anderen resettet Der spawnt dann hinter einem Und dann denkt man, der ist immer noch vor einem Ich war vor dir Hab das Loch gesehen Springe auf die Plattform Und dann dodged es mich quasi hinten durchs Gitter Da habe ich aber Glück gehabt Dass mein Riesenfehler noch verziehen wurde Und ich es noch aufhören konnte Wow Naja Ein Dusel gehobbt Ein Dusel So ein bisschen so Halloween-Musik auch, ne? Ja, die ganze Map hat ja das Ich glaube ich aus dem Achso, ja DS Mario Kart Kannst du durchs Drogen durchführen? Alex geradeaus, ne? Ne? Achso Geradeaus wäre die Abkürzung gewesen Ja Ist mir scheißegal Na egal Hast du noch eine Minute Klappt Aber so prall kann das hier auch mit den Punkten wieder nicht sein, oder? Man kriegt wieder 1, 2, 3, 4 Punkte wahrscheinlich Klinge ich mal, ja Kann so zu sein Und Eingelocht So, ja Voll ist dann wahrscheinlich, wenn es 18 sind, ne? Eine Runde Ich habe mich genannt Okay, man darf springen oder muss springen Ja Man darf springen? Ja Enabled, ja Oh Oh, ja Schon daneben Oh Nein, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt Ach, so ein Scheiß Was? Ach, hier rein? Oh Gott Ist nicht euer eins Was? Ach, da rüber Oh, Jemini Ach Gott Nein, nein Oh, das ist ja das Oh, je, je Das sind doch die Loren-Levels aus Donkey Kong Hat da jemand in die Taz Tattoo gebissen? Aus Frust Oh Hier, hier macht's boom Hier macht's ping Hui Ach, hier geht's hoch Hoch Oh, wow Eieiei Oh Oh Hey Wer zieht den Darn hier vorbei? Ja, ich bin schon zurück Ich bin Das war leider das Einzige, was man in langer Zeit von Alex gehört hat Ah Oh, hier muss man aber scharfe Kurven nehmen Wie soll ich denn dieses, äh Ich komme gerade in Oh Gott, falsche Richtung Manchmal spawns einen so komisch in eine Richtung, dass man nix mehr weiß, wo man lang muss Oh, ich sehe eine Fahne Witt Bia Hä Nein, ich komme da nicht vorbei Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man danach Kim sieht Ja Wenn man im Loch drin war und dann schaltet die Kamera rum auf Manari Ja, ich bin einmal ganz mies rausgefallen Kurz vor dem Ende Und man hat alles richtig gemacht Kurz vor dem Ende Ja, das war dann wohl mein Glück Ich glaube auch, du bist dann vor mir gewesen, als ich gespawnt bin Hm Also du hast mich nicht gesehen Nö, ich habe deinen Namenstag gesehen, irgendwie durch den Fels Achso Und da wusste ich schon, äh, scheiße Bin dann auch mal da Das ist schön Man scheint hier über diesen Fels, wo Alex gerade ist, drüber zu dürfen, ohne dass es einen zu besitzt Ist noch was vom Kuchen da? Es ist noch Kuchen da Jetzt ein Kuchen Das mit den Gleisen hier ist echt geil Sieht schick aus Nein, das ist nicht geil Das ist nicht geil Nee Nee Da kann man sehr gut hängen bleiben Das hat der Alex da gerade sehr gut gemeistert, ja Und da bin ich ungefähr fünfmal entlang gefahren Zwischenzeitlich zweimal in die falsche Richtung abgebogen, also Ich schleiche dann mal weiter Da ist er doch Noch quasi zum Ziel So Jetzt dürfte es aber mal langsam das letzte sein So, ja, last race Eine volle Runde Take the boosts Ach, wie schön Und springen oder nicht? Also ich kann nicht springen Ich auch nicht Time is short, go fast Gotta go fast So, jetzt wie bei, wie bei, ähm Wie heißen diese, diese Scheiße, ich hab den Boost verpasst Ja, ich auch Hier sind Regenbögen Ach Ach du Schreck Hä, da muss ich nur noch lang? Ich wollte dir folgen, aber Das war keine gute Idee Das ist immer grundsätzlich nicht so gut Ah, ich hab noch die Kurve gekriegt Oh Gott Im wahrsten Sinne des Wortes Super Hier sind ja auch große Pfeile Die einem so ein bisschen helfen Aber Boosts hab ich jetzt schon eine Weile nicht gesehen Oh Ne Hä? Hä? Ah, das konnte man nicht sehen vorher So ein Scheiß Ich fahr da auch einfach mal Offroad hier Oh Uff Uiuiuiui Was? Achso, na gut Hä? Was ist das? Oh, das sind wieder eure Lieblingsranken Hier sind wieder Boosts Aber ordentlich Uiuiui Oh Oh Gott Oh Gott, ne Tone Ah Ah Oh Scheiße, Boost verpasst Ach du Kacke Na schönen Dank Ich freu mich Aber trotzdem schöne Strecke Ah Was ist das denn? Okay, Talan Was, 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 was Was ist da irgendwo? Ja Hey Ciao Bleib mal da Uiuiui Oh Hey Was? Wie? Ne, das war nicht gut Nein Wasser Nicht gut Ja Gar nicht gut Das war gar nicht gut Keine Ahnung Äh So langsam verliere ich ein bisschen Den Überblick Wo die mich hier haben wollen Hä? Vor allen Dingen Den Anschluss habe ich auch verloren Verdammt Äh Don't go in the sand Ja, das ist halt witzig Da ist ja nur Sand Fast Ja Ich habe versucht dir zu folgen Ja, ne Ich habe den Sand berührt Pff Uff Mich trotzdem wieder überholt Der Saukerl Du darfst die Gegend für mich auskund schaffen Ja Scout Ui Ja, voller Kanne gegen Der Bong Der Bong Der Bong Der Bong ist was anderes Äh, der Bong Ich bin immer noch nicht im Ziel Was ist denn das hier alles Hä? Nebel Da guckt ja einmal Ist ja ekelhaft Was ist das denn? Wart ihr schon im Nebel? Ja, ich bin auch gerade hinter dir Ich folge einfach nur Amgenskürzeln Oh Gott Oh Scheiße Das ist ja wirklich Das ist ja echt Vor allem da kommen dann einfach Steine Mitten aus dem Nichts Ja, da muss ich ein bisschen tricksen hier Ich sag nur Zoom Ja, gut Das mache ich hier nicht Das war furchtbar Wieder und du das hier Okay Finde ich fair von dir Ja Das ist ja einer der wenigen Momente Wo ich mich mal als unfair empfinde Selber Bin ja sonst wirklich Möglichst fair Ich seh da vorne so einen kleinen Manari-Schriftzug Ja, Manari ist nämlich fertig Ja, Manari ist nämlich fertig Super, ich bin gegen den Regenbogen geknallt Was ist denn das hier? Regenbogen Regenbogen Oh, das war knapp Oh ja, das war knapp Da hatte ich aber jemanden hinten dran So, nach Gorillas im Nebel Jetzt Alex im Nebel Sehr schön Das kann man sich von oben angucken Dann ist fast kein Nebel da Ja, das geht Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nicht, dass ich das im Spiel gemacht hätte Aber jetzt habe ich es Nee, nee, nee Das habe ich wirklich nicht gemacht Wie war das? Gibt es eine Aufnahme von dir? Ja Ja Der Videobeweis existiert Der Videobeweis existiert Okay Ja Ach ja Ich habe übrigens schon 50 Minuten auf der Uhr bei der Folge Ich glaube, die wird gesplittet Mitten in der Runde drin, ne? Ich schaffe nicht mal die Zeit Das ist ja unheimlich Doch, doch Das ist klar Weißt du, haben sie doch gut kalkuliert Ja Also, wenn du das Loch triffst Jetzt Ausgerotzt nicht Finde ich auch keine Rolle mehr Eben Ach doch, gibt es nicht einen Strafpunkt Es gibt ja einen Strafpunkt Ja, super Ja, super Man macht permanent Super Das ist ja unfassbar wichtig dann Ich habe die iranische Flagge freigeschaltet War das knapp War das knapp an der Spitze Ja, das stimmt Oh Aber es war cool Das war eine der geilsten Maps, die wir bisher hatten Das stimmt Der Daumen ist oben Ja Auf jeden Fall Ich befürchte trotzdem die Meinung Und werden ein wenig auseinander gehen Hier für die Karte Wieso, die Map kann doch nichts dafür Okay Die Map war doch cool Das freut mich, dass du das sagst Trinkt halt nichts, wenn ich nur mit gedrüsselter Geschwindigkeit fahren kann Nein Ja, gut Die Lachgaseinspritzung funktioniert nicht bei Alex Es gab halt nur 325er Karts Dann blieb nur noch das 50er Na gut, dann Ja, ich sehe schon Nicht mal mit Rennen kann ich euch besiegen Es macht mich traurig Aber, na gut Spaß hat es gemacht Mir und euch ja auch Und Dann hätte ich gesagt Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und ja Richtige Reihenfolge jetzt einhalten Auf geht's Sag tschüss Tschüss Ciao, ciao